Hey Leute, hallo und willkommen zurück zu Red Evil 2 Total War. Ich darf wieder klicken, ich darf wieder klicken und das heißt wir können auch weiterspielen. Also der Neustart hat tatsächlich ein bisschen was gebracht. Ab und an auch mal eine ganz schöne Abwechslung. Ich glaube aber, so wie ich das im letzten Teil gehört habe, dass ich hier noch etwas leiser drehen darf, weil sonst hat man damit unter Schwierigkeiten gehabt, was zu verstehen. War zumindest mein Eindruck, also ihr dürft mich da gerne korrigieren. Das dürfte etwas besser sein. Diese komischen Effekte könnten noch ein bisschen lauter sein. Ja, 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 also wenn schon, denn schon nicht wahr. Schon wieder nicht wahr. Das hier? Keine Ahnung. Na, egal, passt schon so. So, also, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich glaube, wir waren stehen geblieben bei dem Versuch, in die nächste Runde zu kommen. Gehen wir mal davon aus. Immer ein bisschen problematisch, wenn man zwischendrin so eine kleine Pause hat, sich dann wieder richtig reinzufinden. Ja, was auf jeden Fall mal so strategisch angedacht wäre. Also, gut, klar, die... Eine neue Plage zieht über das Land. Der schwarze Tod reitet mit dem Wind und tötet alles, was atmet, in wenigen Tagen. Welch schreckliche Verbrechen hat die Menschheit gegen Gott begangen, dass die Strafe der Welt so schwer ist. Eine solche von unergründbaren Ausmaßen hat ihren Weg vom fernen Osten nach Westen gefunden, wo sie anscheinend schon unzügig gelegen beendet hat. Die Haut der Opfer ist mit dunklen Flecken übersät und furchtbares Fieber und Übelkeit beschert ihnen ein schmerzvolles und elendes Ende. Während gelehrte Theologen und Ärzte sich nicht auf die genaue Ursache dieser tödlichen Seuche einigen können, ist die Bedrohung, die sie für Männer aller Religionen darstellt, für jedermann allgegenwärtig. Ja, das dürfte dann wohl leider von dieser schwarzen Todseuchen sein, wo man unter die Pest in Verbindung bringt, sich aber nicht ganz sicher ist, ob das denn nun wirklich die Pest war. Da wird ja viel rumtheoretisiert. Nicht strittig ist allerdings, was das für Auswirkungen hat. Ich glaube, in manchen Regionen ist es bis zu ein Viertel, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube ein Viertel der Bevölkerung ist da einfach mal ausgelöscht worden. Stellenweise natürlich auch wesentlich schlimmer, also manche Landstriche müssen wohl ganz entvölkert werden sein. Ziemlich heftige Angelegenheit. Also können wir jetzt hier davon ausgehen, dass hier bald überall Pest ist. Was natürlich eher bescheiden ist. Müsste ich jetzt nicht unbedingt haben, wenn ich ehrlich bin. Aber da wird es wahrscheinlich auch keine Möglichkeit geben, das irgendwie abzubiegen. So erfahrungsgemäß. Aber um den Gedanken von vorhin zu vollenden, strategisch, wie sieht es im Moment aus? Es sieht so aus, dass wir noch die Schotten auf jeden Fall weghauen müssten. Das wäre nicht ganz unwichtig, dass wir die los sind. Dann ist hier oben im Wesentlichen Ruhe. Und dann als nächstes auf der Abschlussliste steht meiner Meinung nach irgendwas, was hier im Westen ist. Was ich sehr schön anbieten würde, ist Mailand. Weil es zum einen, so wie ich das im Moment sehe, wo vier Städte hat, die zum anderen alle relativ dicht beieinander sind. Das heißt, die haben wir relativ schnell weg. Das würde sich also anbieten. Ja, an die Händen, naja, ist natürlich ein bisschen blöd. Äh, was ist denn das alles? Wo kommt das denn auf einmal her? Das hätte ich, das hätte ich, da kann ich mich noch dran erinnern, schon irgendwie mal im Bildschirm gesehen. Aber, das ist ja nicht wirklich so, äh, dass ich das befohlen hätte zu bauen. Na, jetzt ist hier auch Ruhe, prompt. Das ist, haha, na sehr gut. Na egal, lassen wir es einfach mal so stehen. Kohlen sind ja da. Vielleicht nochmal hier ein bisschen scouten gehen und gucken, ob hier, huch, nein, einfach nur hinteraufentut in dem Fall ausreichen. Dass man mal sieht, was da eventuell noch alles so am Start ist. Und ob er sich eventuell doch weiter ausgebreitet hat, als gedacht. Was natürlich eher schlecht wäre. Jo, und dann machen wir hier mal wieder ein bisschen venedische, venedische, venezianische Armeen platt. Oh, der hat tatsächlich schon eine Erfahrungsstufe. Also der Mann hat wirklich, äh, der Tyrann. Ja, der hat schon ein bisschen was. Anstieg der Baukosten. Nächtlicher Kämpfer. Bewehrter Kommandant, Geschichtenerzähler, brutal vernarbt, schändlich. Autorität. Selbst sein eigener Diener denkt zweimal darüber nach, bevor sie ihm folgen. Okay, Diener in dem Fall. Damenbart. Ja, auf der anderen Seite ist er auf jeden Fall mal ein ziemlich guter militärischer Anführer. Jo, die könnten wir dann da mal in die Stadt tun, die Armee. Und hier die Buhle mal angreifen. Das tut Bitternot. Auch nur besetzen, weil damit genug Bevölkerung überbleibt, wie wir jetzt hier einziehen können quasi. Was ist denn das für ein Teil? Achso, Kappfälle. Sieht nur ein bisschen anders aus. Jo. Mal so in der Richtung. Ritterlichkeit, Furcht und Autorität. Okay. Aber aus irgendeinem Grund war das da in der Baulisse drin in Konstantinopel. Hm, dubios. Kann ich mich ernsthaft nicht mehr daran erinnern, das jemals in Auftrag gegeben zu haben. Naja, das Gedächtnis lässt mir dem Alter nach. Wie es halt so schön ist. Eee. Achso, okay. Natürlich auch blöd. Was auch eine Möglichkeit wäre, was mir gerade so einfällt, eine Verwendung für den Kollegen hier nach hier oben schicken. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Passend dazu dann nochmal eine kleine Flotte zumindestens. Oh, Laternas. Verbesserte Variante der Kriegsgalera. Ja, dann bauen wir das doch mal. Bauen wir doch mal verbesserte Variante der Kriegsgalera. Ah, Ketze. Hallo, Ketze. Ja, mein Herr. Wer nennt den Heiden über wenig urteilen Sorge? Das ist doch falsche Ideen hier, wenn wir haben. Naja, schön. Das ist doch ungefähr so, wie wir uns das jetzt vorgestellt haben. Die Feinde meines Volkes müssen mich öffnen. Jo, die Feinde des Volkes. Okay. Schön. Ja, wenn wir die beiden Städte hier so ein bisschen militärisch auch ausbauen, dann ist es ja im Grunde schon eine sehr gute Basis, auch um dort die Truppen dann entsprechend zu rekrutieren, die man für einen Feldzug da bräuchte. Und gegebenenfalls dann natürlich auch zu verstärken. Das sollte man ja auch nicht unterschätzen, den Bedarf. Und genau das ist ja das Problem an den modernen Einheiten. Es fehlt dann mitunter die Möglichkeit, die zu verstärken, weil, na, einfach die Kapazität nicht vorhanden ist. Ja, und die steht immer noch da, diese Affen. Mit einer halben Armada an Söldnern. Ah, guck an. Da war sogar noch ein Auftrag. Der hat auch geklappt. Schön. Gut, dass zu wissen. Invernus. Oh, achso, mal wieder den, ja. Der Papststaat. Was möchte denn der Papststaat von mir? Auch ein sehr merkwürdiges Zusammenspiel, dass Papststaat und der Papst irgendwie getrennt sind, ja. Ja, die tolle Seuche ist jetzt irgendwie auf dem Weg, was auch immer. Man rektiert die Siedlung, das hat man bewusst nicht gemacht, weil es eine Papststaatliche war. Und im Moment noch der Priorität, äh, der Priorität, äh, die Priorität Richtung Venedig im Grunde geht. Ähm, ja, hier könnte man vielleicht auch ein bisschen was für die übliche Ordnung tun. Und was wäre da am besten? Wahrscheinlich die Herberge macht zufrieden, halt. Und das hier? Ah, dann machen wir erstmal das. Und dann immer so ein bisschen, ja, wechselseitig, ne. Ungefähr so. Ach, hier ist auch die große Seuche, sehe ich gerade. Da ist nämlich schon schwer am Machen hier in dem Ding. Ich glaube, das war auch eine von den Geschichten, die sich wirklich auf dem Seeweg auch ausgebreitet hat. Und die tatsächlich wirklich aus dem fernen Osten kam, ursprünglich. Insofern gesehen ist das hier nicht ganz falsch dargestellt, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt. Was natürlich auch sein kann. Das Blöde daran ist natürlich, dass das jedes militärische Unternehmen jetzt, äh, richtig behindert, weil man im Prinzip die ganze Zeit lang nur noch am Verstärken der Einheiten ist. Und aus dem Grund... ...brechen wir jetzt hier auch mal mit der Armee auf, bevor das fertig eskaliert. So, und die mal hier rein. Ja, an sich auch nicht so toll, gerade wenn hier Pest ist, aber... ...mach mal halt mal, mal gucken, dass wir hier die nach vorne ziehen, die wirklich personell etwas unterbesetzt sind. Die werden auch dauernd fortgebildet. Ist das ein Pack oder wie? Ich hab die doch eben schon fortgebildet. Okay, Papststadt und Venedig. Bau genehmigt. Schön. Das Tolle ist, denn mir trotz mir noch was genehmigt, obwohl er hier die ganze Zeit lang auf mich spuckt, sozusagen, der Papst. So, und hier oben, wie sieht's da aus? Da ist auch das Jahrhundert der Fortbildung noch nicht vorbei. Da fehlen auch noch auf jeden Fall zwei Einheiten von den normalen Jungs hier, von den abgesessenen Feudalrittern. Früher war das mal die Elite. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mir Keks gefreut habe, als ich die endlich bauen durfte. Warte mal, wenn ich da eine schon habe, dann reicht das ja im Grunde. Dann brauch ich ja hier doch nur einen, quasi. Quasi, quasi. So, genau. Und hier eben bitte verstärken. Das wird dann noch etwas dauern, bis die alle durch verstärkt sind. Ich hab halt wirklich nur diese eine Stadt im Moment, dass die Kapazität also ziemlich... ... gering. Das geht mir dermaßen auf den Nerv mit diesen... ... mit dieser Armee, die da parkt. Also, ich überlege gerade wirklich, ob ich nicht einfach denen den Krieg erklären soll, damit das Problem sozusagen gelöst ist. Hm, das muss ich nochmal durchdenken. Ist auf jeden Fall eine Option. So, hier. Mach mal hier auch mal ein bisschen Richtung... Oh, mein Geld ist alle. Das ist neu. War, glaube ich, bisher noch nie. Aber es ist schon sehr, sehr lange her, dass das mal der Fall war. Naja, gut, ich hab auch ein bisschen investiert insofern gesehen. Ja, ich glaube, da hab ich mal wieder meine Armee ver... ... also meine Flotte in dem Fall vergessen. Die fahren natürlich in die falsche Richtung. Wie sollte es anders sein? Aber ich kann mich noch dunkel entsinnen, dass da etwas war. Ja, dass ich die eigentlich zusammen wegbewegen wollte. Auch schön, dass die andere Flotte da nicht unterstützt hat, wie ich mir das eigentlich hervorgestellt hatte. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Und da war wieder der Papststart, das kennen wir alles schon. Und komm. Äh, ich glaube, diese Seuche, die hat doch zumindest indirekt wieder... Ai, 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 ai. Künstliche, eine neue Art der Metallverarbeitung wurde in dem Dorf Labgytan in Schweden praktiziert. Äh, ja, ja, schön, was auch immer. Also ich will nicht alles verlesen. Okay, jetzt wieder der Hinweis von wegen großes Sterben. Und jetzt haben wir auch tatsächlich eine Liste der bekroffenen Charaktere und Siedlung. Es sind insgesamt 12.000 Leute gestorben, 600 Soldaten. Das ist schon einiges. Das ist wirklich nicht wenig. Da gilt es dann mal aufzupassen. Äh, das ist doof. Das ist wirklich ein bisschen doof. So, was wollen wir denn diesmal? Dublin. Sollen wir mal einnehmen. 15 Runden haben wir dafür Zeit. Könnt ihr eventuell sogar zeitlich hinhauen. So, hier ist im Moment auch schon fest. Okay. Ja, ich würde jetzt trotzdem mal... Klobber!